Wo bin ich denn jetzt? Wo fahr ich denn hier hin? Hä, wo fahr ich denn hin? Du könntest mal auf die Karte gucken. Ah ja, schlimm. Hä, wo fahr ich denn hier hin? Wohin? Fahr ich in die richtige Richtung? Das sieht doch im Look aus. Oh nein! Ich folge dich einfach. Oh, Christian hab ich gedreht! Oh nein, Christian! Du bist voll in mich reingefahren!